Das coolste 2D-Wette-Royal in Minecraft. 80 Spieler kämpfen vor einer einblockbreiten Welt um den Sieg. Und wer als letztes überlebt, hat gewonnen. Der Twist, es gibt überall auf der Map verteilt Schatztruhen, PNT-Fallen, Secrets und vieles mehr. Das Ganze wurde untersprangt, deswegen lasst doch ein Like und ein Abo, damit ihr mich freuen und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. YouTube gönnt nämlich gar nicht. Übrigens haben wir das Ganze auf Twitch gespielt, twitch.tv. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. Willkommen auf der Map Happy Village. Warum heißt es Happy Village? Weil hier ein Dorf ist. Es ist einfach ein Breit. Es gibt Knöpfe, die ihr drücken könnt, die gewisse Effekte mit sich bringen. Wie viele sind hier? Oh, no, no, no. Oh, mein Gott, war das knapp. Gleich ist die Schutzzeit vorbei, dann können sich alle bekloppen. Nein! Nein! Robby hat hier auch schon seinen Ofen. Ich würde gerne wissen, was da drin ist. Krusty ist bei Diamanten. Aha! Darbedingt habt einen Hund. Es gibt auch Knöpfe, die einem einen kleinen Helfer bescheren. Wie sieht die Welt bitte aus? Guckt euch das an. Vier Minuten sind um. Schutzzeit ist vorbei. Krusty wurde gekillt. Von hinten, Digga. Unge! Unge hat Alex gekillt. Skipped Howard. Interessant. Loris gegen Normaly. Los, hat ihn geklatscht. Wenn er das jetzt durchzieht. Ne, jetzt fight sie. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist der fight los. Oh! Ja, also originaler als du, das war es mit dir. Und er hat ihn. Businessband holt Moonshine. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Moonshine macht es auf jeden Fall gut, dass er sich so zubaut. Oh! Oh, wait! Oh, er weiß gar nicht. Er ist gerade so auf Moonshine fokussiert, denkt jetzt, jetzt habe ich ihn. Aber ne, er wird von hinten gebacksteppt. Manu! Oh! Businessband, du bist insane! Marvel findet den Schatz. Und der Typ hat sich die ganze Zeit nur durchgegraben. Oh mein Gott. Er hat ihn sowas von umgeklatscht. Oh! Ich wette auf Tim. Tim wird ihn klatschen. Oh! PDJK hat ihn doch schon. Ja, es geht. Das ist 1 zu 1 wie in Fortnite. Er realisiert gerade, dass er keine Chance mehr hat. Oh! Businessband! Okay, er hat ihn. Pull dir gegen, ja, gefühlt gar nichts. Er hat nichts. Schreibt 1 für PDJK und 2 für Businessband. Er müsste mit TNT spielen und dann weggehen. Aber TNT... Oh! Ja, okay, das war es. Oh no. Oh no. Oh no. Trau dich. Er hat die TNT-Fall entdeckt. Wie Krusty x-rayed. Ja, was ist das? Wieso? Digga! Der Lidia? Meine. Da ist die Kiste, Digga. Krusty benutzt straight up x-ray. Und Gehaster benutzt ihn. Slash Kick? Krusty? Nö. Weg ist er. Warum sind jetzt 2 Hunde? Du hast nicht ernsthaft 2 Hunde. Was ist das denn? Letzte Runde. Towert er sich. Jetzt macht er sowas, damit er durchgehend sneakt. Insane. Hier, fighten die Leute. Manu gegen Timmy Blade. Jetzt geht's ab. Tian TV gegen Babau. Und Tian TV wurde gekillt. Tja, lag wohl am Namen. Babau, du willst mich verarschen. Bro. Was? Er hat ne Kiste. David gegen Phil. Ja, okay. Phil hat ihn absolut zerlegt. Ey, wie viele Fights sind denn hier bitte? Mirren ist halt auch eingekillt. Nein, der Arme. Ja, okay. Er hat keine Axt. Ich glaube, er weiß nicht, wie man Shield breakt. Doch, weiß er. Was ist das? Was ist das für eine Taktik? Socker Noah gegen Februar. Oh, jetzt gibt's Fights. Ja, okay. Das war's mit Noah. Oh, oh. Er stoppt ab. Geht er hin? Noah hat ihn. Der Arme. Nein. Okay, das war tatsächlich sehr knapp. Skip hat ihn abgestoppt und hat jetzt den ganzen Stuff für sich. Und hier oben ist aber auch eine Verfolgungsjagd. Auch interessant. Hier ist ne Kiste und die hat noch keiner gefunden. Ich hab jetzt mal die Koordinaten von dem Loot hier gegeben. Mal sehen, wer sich hier hingraben wird. Oh nein. Er kann nix machen, Leute. Robby ist sowas von dead. Was? Woher hat er einen flinten Stil? Oh nein. Oh, hier wird abgestaubt. Das ist böse. Ich frag mich jetzt ehrlich, wer hier das gewinnt. Robby ist an Fall Damage gestorben. Business Band gegen Litchi. Und Litchi baut die ganze Zeit ne Blöcke. Oh, jetzt ist aber der Fight. Ja, okay. Simply hat Halb-Dia und Dia-Schwert. Ja, also das war's mit ihm. Hauptsache, er hat keine Rüstung, aber hat ein Dia-Schwert. Das ist ja mal wieder wirklich insane. Ah, er baut mit Crafting-Tables. Jetzt muss er rennen. Was? Oh mein Gott. Was ein Play von Shorty. Jetzt, jetzt stoppt die Simply ab. Simply, oh mein Gott. Ja, Simply ist sowas von MVP. Währenddessen schilt hier immer noch Jewels oben in der Schwimmposition in der Luft. Das war's mit ihm. Tja, hier ist doch ein Kampf. Fancy gegen Simply. Ja, das war's mit Fancy. Das war's eigentlich. Simply hat ihn sowas von. Simply hat ihn in den Mängeln. Obwohl, obwohl Simply rennt nach hinten. Gleich aufeinander auf sind. Ja, das war's. Simply hat ihn sowas von. Simply hat ihn so. Hier ist Ronnys Schatzkammer. Top Secret. Es gibt auf dieser Map noch ein Secret, was keiner bis jetzt gesehen haben sollte. Und zwar kann man Enchanten. Ah, warte mal. Hat der X-Ray der Kollege? Na, 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 na. Ronnys Schatzkammer wurde gefunden. Jewels hat den Enchanter gefunden. Die große Schlacht. Tja, Tja, hat Tim gekillt. Trice ist killed. Iceberg. Und er wird abgestaubt. Ne, oder? Liene, du kannst ihn holen. Los, los. Was machst du? Bau doch ab und töte ihn. Hallo. Oh mein Gott. Liene hat ohne was zu tun einfach den ganzen Stuff bekommen. Okay, sie wird abgefarmt. Die Arme. Schade gegen Moonshine. Moonshine hat ihn. Jochi hat hier aber auch wirklich mit seinen Dia-Schwerten und seiner Rüstung, glaube ich, den besten Stuff im ganzen Game momentan. Ich glaube, dass hier ist auch sein Hund. Krusty. Bitte. Hol Krusty. Soll ich mal trollen? Die Leute werden denken, das ist hier ein Rüstungs-Upgrade-Button. Aber nein. Oh mein Gott. Was? Woher wusste Litchi, dass das eine Falle ist? Guckt euch die Map an, wie kaputt die ist. Fancy gegen... Oh. Der TNT geplaced. Oh. Jetzt kämpfen sie doch. Bangley Fire hat Überraschungsmoment genutzt. Und er hat ihn. Der übliche Camper ist mal wieder am Campen. Simply und Jewel. Simply baut es nach oben. Oh. Was? Was? Yo. What? Bangley Fire hat von oben mit TNT geschossen. Das war das krasseste Play ever. Man denkt, alles ist friedlich. Oh mein Gott. Der droppt noch mehr TNT. Business Band ist der TNT-Sprengmeister. Simply wird sowas von gesandwiched. Okay. Das ist ein geiles Finale. Die drei Finalisten treffen sich hier alle hier oben. Simply ist so tot. Never wird Simply das noch überleben. Kranker Fight. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Wir sind auf der Map. Ich bin auf dem Baum gespawnt. Wow. Anna. Anna. Oh mein Gott. Ich hab Anna. Ihr seht den Namen. Nicht er. Nicht er. Der Endgegner. Nein. Nein. Oh mein Gott. Aha. Oh mein Gott. Monschein. Monschein. Let's go. Da ist ne. Da ist ne. Wo hat der Dia-Slaf? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat sowas von gewonnen. Die Erde. Die Erde. Full Dia. Ja, das war's komplett. Und. Na, ich glaub, Bankify hat ihn. Ja. Bankify springt doch drauf. Das war ziemlich schlau von ihm. Oh mein Gott. Jules wollte mich nur killen und wird jetzt umgeklatscht. Amaze. Amaze. Oh mein Gott. Zieh mir. Nein. 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 Ich hab ein Hals. Oh, er wird von hinten gecleant. Oh mein Gott. Jemand hat es hier einen Block neben der Schatzkiste runtergebaut. Das ist unlucky. Business Band gegen Sneaky. Robby ist unter Monschein. Wohl doch. Er sieht ihn. Er sieht ihn. Never mind. Ja, das war's mit Robby. Oh mein Gott. Nee, oder? Business Band klatscht alle um. Das ist insane. Er hier ist in Powder Snow gefangen gewesen. Das war's. Jetzt wird er abgestoppt vom Monschein. Creeper wird. Oh mein Gott. Monschein hat beide. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Monschein hat ihn mit der Angel gekillt. Oh mein Gott. Er stompt ihn. Monschein geht aber weg. Monschein geht weg. Und ja, das war's mit ihm. GG. Oh ja. Das ist gut. Yes. Ja, wir haben alle keine Eisen. So, mein Freund. Pass auf. Oh mein Gott. Stimmt, ja. Ich kann ja TNT wegdingensen. Nee. Let's go. Let's go. Okay, wir haben das erste Mal wirklich stuff. Das hier wurde noch nicht gefunden. Das hier wurde noch nicht gefunden. Und das hier auch noch nicht. Monschein ist sogar relativ nah dran. Er ertrinkt. Bau doch Blöcke hin und bau sie wieder ab. Nee, oder? Er ertrinkt jetzt, weil er die Blöcke nicht... Das war der dümmste Tod in diesem Event heute. Der Cheater ist klatschen. Los! Klatsch, wichtige Pommes. Nein! Nee, Bro. Feierabend. Oh, wait. Gar nicht so schlecht. Ja, okay. Das war's, mein Lieber. Sag, gute Nacht. Monschein hat den nächsten Kill. Doch nicht. Oh, das tut weh. Das tut weh. Oh, oh. Ich glaube, Monschein hat aber eine Chance, ehrlich gesagt. Noch ein Hit. Ey, was? Als ob jetzt. Oh mein Gott. Nein, er wird nicht ersticken, oder? Und jetzt kommt der Fight. Monschein, Big Fall Damage. Das ist jetzt. Das ist miserabel. Und jetzt ist es vorbei. Einer gewinnt. Shadow hat gewonnen.